Hallöchen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und zum zweiten Teil von München, von der Deutschen Jugendmeisterschaft. Und wir sind hier gerade schon mit den Hunden los. Es ist nämlich früh morgens, weil ich meine allererste Prüfung, eine Fehlerzeit M, also eine Fehlerzeit M, Prüfung halt 8 Uhr morgens habe. Und ich werde jetzt auch nicht mehr so viel filmen. Ich werde jetzt gleich, glaube ich, also wenn ich es hinkriege, das abspringen, filmen und sonst halt nur die Prüfung zeigen. Und die werde ich natürlich auch wieder ein bisschen beurteilen. Und ja, also mehr kann ich jetzt auch nicht filmen, weil es ist morgens auch immer schon ein bisschen stressig und deswegen schaffe ich das manchmal auch nicht so richtig mit dem Film. Aber ich habe ja danach den ganzen Tag zum Film, auch wie ich mit Qualität spazieren gehe oder so. Und ja, dann würde ich jetzt erstmal sagen, vielleicht sehen wir uns ja noch vor der Prüfung, sonst werdet ihr jetzt vielleicht das abspringen oder schon die Prüfung sehen. So, ich bin fertig, Quadi ist fertig und ich werde jetzt auch gleich zum Prüfung gehen und dann geht es auch schon los zur Prüfung. Wie ihr seht, bin ich jetzt auch schon auf dem Abreiteplatz und habe Quadi ganz in Ruhe abgeritten. Jetzt fange ich auch schon an mit ein paar kleinen Steilern zum Einspringen. Mit den Steilern bin ich jetzt auch schon fertig gewesen und jetzt habe ich mich dann auch noch mit dem Ochse eingesprungen. So, und dann geht es auch schon los. Nach den Ochsern bin ich nochmal vor der Prüfung einen Stall angeritten. Und schon war ich jetzt hier auch schon auf dem großen Platz in München und habe jetzt hier auch eine Prüfung geritten. Entschuldigung, wegen dieser Qualität, die ist ein bisschen blöd. Aber jetzt reite ich auch gerade schon den ersten Sprung an. So, gleich nach dem ersten Sprung kamen dann auch gleich zwei gebogene Distanzen. Das war dann auch wieder ein ganz schöner Schwierigkeitsgrad. Und das war wirklich alles sehr, sehr schwer zu reiten, weil man hat gedacht, das wäre ein sehr großer Platz. Aber die Sprung kamen jedes Mal gleich hintereinander. Also es war sehr, sehr schwer zu reiten. Und jetzt kam ja auch schon die Kombination und dann rechts gleich weiter zu einem Steil. Und dann wieder zwei Distanzen nach dem Steil. Und ja, also Quadi war richtig, richtig brav für die erste Runde. Und ich war total zufrieden. Und sie ist auch sehr, sehr gut bei mir geblieben. Und hatte aber sehr viel Zug. Und jetzt hier bei dem Sprung bin ich leider zu dicht gekommen, weil ich habe sie ein bisschen zu doll zurückgehalten, was natürlich dann wieder ein bisschen blöd war. Und deswegen hatte sie leider da einen Fehler. Und jetzt noch eine zweite Kombination. Und jetzt kommt auch noch die letzte Linie. Und das hat sie wirklich sehr, sehr brav gemacht für ihre erste Prüfung. So Leute, ich bin jetzt fertig mit meiner Prüfung. Und es lief wirklich gut. Bloß ich war mit meinem Stil auch heute nicht so zufrieden. Also Quadi ist wirklich super gesprungen. Bloß ich bin mit meinem Stil heute nicht ganz so zufrieden. Weil ich habe sie auch manchmal ein bisschen zu doll zurückgehalten. Und dann hatte ich da auch dabei einen blöden Stil gehabt. Also das war natürlich nicht ganz so schön. Aber so war ich halt zufrieden mit der Runde für die erste Prüfung hier bei der Deutschen. Und dadurch, dass ich sie ja auch so festgehalten habe, hatte ich dann bei dem schwarzen Steiler ja eine Stange. Was wirklich sehr, sehr schade war. Aber natürlich kann es ja nicht immer glatt laufen. Es kann immer mal ein Fehler passieren. Und ich wollte dann auch versuchen, morgen ein bisschen, also ich selber ein bisschen besser zu reiten. Weil heute dieses Zurückhalten war echt nicht so schön von mir. Und deswegen versuche ich morgen dann ein wenig besser zu reiten. Und sonst ist jetzt auch weiterhin nichts passiert. Wir haben hier vorne, also hier vor diesem Clip, waren wir noch bei den Junioren springen. Also da haben wir uns ruhig geguckt. Und ja, jetzt ist es 13 Uhr oder so. Und ich denke, ich werde nachher mit Quadi ausreiten. Also, naja, ausreiten nicht. Aber so vielleicht Schrittreiten gehen. Oder halt mit den Hunden verziehen gehen. Also mal sehen, was ich noch so mache. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns erstmal später wieder. So, also ich sitze jetzt gerade bei Quadi. Da ist sie. Und ich werde dann jetzt noch ein bisschen bei Quadi bleiben und mit ihr kuscheln. Und ich werde dann noch ein bisschen bei Quadi bleiben. Und ich werde dann noch ein bisschen bei Quadi bleiben. So, ich habe ja gerade mit Quadi auch ein wenig gekuschelt. Und jetzt bin ich gerade mit ihr unterwegs und lasse sie ein bisschen grasen. Und jetzt sind sie gerade richtig schön, ein bisschen Auslauf zu haben. Und ja, jetzt würde ich erstmal mit ihr ein bisschen spazieren gehen. Und ich werde dann auch ein bisschen越aschen. Und ich werde dann noch ein bisschen mit ihr psychic. toll leute jetzt trinken sie auch noch und quali und ich haben jetzt hier ein unterstellplatz am baum gefunden und sie ist auch schon mega nass also man sieht es nicht so genau aber es sind echt dicke fette regentropfen und jetzt stehen wir erst mal kurz weil der stahl ist mega weit weg und deswegen warten wir erst mal bis es ein bisschen aufhört so es hat jetzt endlich einige müssen aufgehört und ich bin jetzt auch schon mit quasi eine weile gegangen und deswegen werde ich sie dann natürlich auch gleich wieder weg stellen und sie hatte mega mega spaß am spazieren weil das ist ja auch wieder ein mega riesengelände so ich habe jetzt quasi weggestellt und jetzt kommt man mal gleich und dann machen wir noch mal zusammen die box sauber und danach wollten wir auch schon gleich essen fahren ich habe gedacht ich kann noch das springen zu gucken aber man hat gesagt wir fahren gleich essen und deswegen kann ich wohl nicht mehr springen gucken leider aber ich habe ja heute vormittag das junioren springen auch schon gesehen und das wäre auch richtig cool und wir wollten heute so ein bisschen früher los weil ich ja morgen früh auch wieder dran bin nicht ganz so früh wie heute aber dass ich halt heute auch wieder schön früh ins bett komme so wir sind jetzt beim essen und wir essen heute alle zusammen also der ganze also von den springreitern dann glaube ich alle zusammen und ja also jetzt kommen noch die anderen alle und wir sind hier gerade die ersten sehr sehr vorbildlich so bevor ich wenn ich euch mein endvideo noch zeige werde ich natürlich noch drei von euch grüßen und ich hoffe noch mal dass es nicht so schlimm ist für euch dass ich euch jetzt am ende des videos grüße und ja als erstes grüße ich die liebe katie und meli als zweites grüße ich die liebe meli und zu guter letzt grüße ich km.lovli ck so und jetzt kann es auch schon weiter gehen zu meinem endvideo so leute wir sind hier gerade wieder im hotel angekommen und ähm und ähm wir waren ja eben gerade noch beim essen mit den reitern also mit den springreitern und den zureitern und das hat wirklich wieder sehr lecker geschmeckt und ja ich habe ja heute oder bin ja heute meine erste prüfung gegangen und ich war für die erste prüfung relativ zufrieden mit mir nicht ganz so aber mit quadi total also sie war wirklich richtig richtig gut und ähm ja dann sehen wir uns jetzt auch schon bald im dritten teil und ich hoffe natürlich dass euch dieser teil hier gefallen hat und das könnt ihr mir auch gerne mit einem daumen nach oben zeigen und ja falls ihr nichts mehr für mich verpassen wollt könnt ihr mich auch gerne abonnieren das würde mich super freuen und ja morgen also im dritten teil werde ich dann auch wieder in M einen Stern reiten bloß ich glaube das wird noch ein Loch oder so höher sein denke ich weil das steigert sich auch ein bisschen und ja da freue ich mich schon mega drauf und seid gespannt auf den dritten teil und da würde ich jetzt auch schon sagen tschüss und bis zum nächsten teil bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Vielen Dank.